Hi, ich bin Holger von WorldSafari. Schön, dass du hier bist. Hier auf dem WorldSafari Marktplatz findest du Produkte und Dienstleistungen von Reisenden und digitalen Nomaden. Mit über 100 Artikeln in unserem Onlineshop bieten wir dir eine große Auswahl an verschiedensten Dienstleistungen und innovativen Produkten. Das zeigt, digitale Nomaden liegen nicht nur am Strand unter der Palme und trinken Kokosnuss. Das machen sie auch. Sie arbeiten aber auch sehr viel und erschaffen tolle Produkte. Vom klassischen Reiseführer im E-Book Format über Finanzberatung bis hin zum Live Coaching, um dich beim Aufbau deines eigenen Unternehmens zu unterstützen. All das und viele weitere Themen findest du hier bei uns auf dem WorldSafari Marktplatz. Durch unser gut ausgebautes Netzwerk haben wir immer wieder die Möglichkeiten, dir Sonderangebote zur Verfügung zu stellen. Ich bin mir sicher, auch für dich ist das richtige Produkt dabei. Und jetzt viel Spaß beim Stöbern.